Du hast mich gefragt, was für Vorsätze ich für das nächste Jahr bzw. für das Jahr 2021 habe. Das sind eigentlich jedes Jahr genau dieselben, nämlich dass ich gesund bleiben möchte, gesund sein möchte. Ich möchte immer mein Bestes geben und vor allem am Ende mit der Mannschaft erfolgreich sein und Titel sammeln. Ich schaue immer wieder quasi in die Zukunft sozusagen, habe ein Bild vor Augen, wie wir unsere Erfolge feiern und das ist dann meine reine Motivation. Ich glaube, ich kann dir wirklich auch nur raten, dass du dir Ziele setzt, sowohl nahe Ziele als auch weiter entfernte Ziele, um da einfach weiter dran zu bleiben. Alles Liebe und Gute, viel Gesundheit, pass auf dich auf und liebe Grüße Poppy. Tschüss! Tschüss!